um die jahre der leute mal mit seiner freundlichen mein kraft der kreiert damit er zu tun und durch den jungen st es ist die Loppen wenn es es ist ich bin doch ein Leben nicht an der Verteidigung traut mich wir sind so die Barburg über und er ist die Ecke Kürtens war ein Spielbaum ich bin hat mir selber und nix an das selbe das muss man ab anbauen oder gibt es einfach schon mal aber ein erlöslich haben das ist der Weg Alte ich bin vor die Maschine Wow hier sind doch Ich falle auf einmal nach unten durch Oh ich hab kein Essen mehr im Inventar das ist scheiße weil dann bringt mein automatisches Verdauungssystem nix wenn ich kein Essen hab Ich soll mir erstmal den ganzen Müll hier wieder ins System kacken Und dann nehm ich mir mein Stack Äpfel Lass es Haben wir jetzt eh über 300 Stück das geht schon da kann man mein Stack rausnehmen Cravel greift mich an Was? Cravel greift mich an Cravel Attacks Cravel... 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 Cravel Returns Boah Returns of the Cravel Ich falle an Tauen nach unten durch das ist voll dämlich Was? Da So ein zuschauer wird schlecht Ich drehe mich in Kalt zu Hör blöcke ab Jaaa und ich falle wieder runter Laser-Time Gravil-Time der Führer der Gänse für die Erste Kred die hier meine eigenen Schleifen sie bis sie an die 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 den Kriegsschiff so schnell ist die Schaue der Schicht der Wirt die Erfolge kann die Dächtigkei erzeugen seit ein vorwärts die Kinder die Fotos er hat jetzt so Respekt von mir ist es nicht das ist aber meine 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 Hand hat auch so ein Holzfäller Tool in drinnen und Zeitung auch mit Holzfällen Junge bleibt drin ich kann mal lauer drüber nee was war du musst du so langsam ersticken lassen das ist so nein du musst ihn so ohne mich, ohne mich, ihr wollt es ist perfekt, warte, 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 warte Nein, wir haben kein Lava-Eimer Warte, ich übernehme das Warte, ich übernehme das Warte, ich übernehme das Warte, ich übernehme das Was tust du dazu, Hölle? Warte, du musst hier Wasser hinmachen Warte, du musst hier Wasser hinmachen Und jetzt? Warte, ich baue mal wieder zu Ich komme mal schnell Lava Ich habe einen einmal Lava Ach so, okay So, ein Schildchen Jetzt probieren wir hier Mal schauen, ob Schilder Lava zurückhalten können Ich glaube schon Nein Es bin 30 Es bin 30 Es bin 30 Es bin 30, tötet es Tötet es Tötet es bevor es Eier legt Ist einfach so Hör, mein Lava hat sich in Luft aufgelöst, da da ist mein Lava Ja Ja, es hält auf, aber es liegt halt in eine andere Richtung rein Ja, aber da war ja gerade noch das Ding Also theoretisch, wenn er dann nicht so aus dem Wasser hochgeschwommen, wäre er einfach burnt Ja Ja Oha . Oha verfolgt ein bisschen Strom ich spiele Kleider Sondereinsatzkommando fliegen wo ich kenne ich in den Mining Gläser, jetzt kommt der Mining Gläser Angriff von hinten Au Au er will einfach nicht mehr mit uns reden wir haben die Sprache verschlagen unser Kuhn stehen nicht im Weg im Alter Uhr bestätigte mich um so ein bisschen der Langeweile gehabt oder die Pläne 1 Wollte doch nur was testen Wollte nicht ja eigentlich schon bei Herzen und das ist das Positiv aus der Welt die Mauer zerstört Schau dir, hä, die Mauer ist nicht zerstört. Achso, die Mauer ist nicht zerstört, stimmt. Du hast kollabisch gebaut. Es war unterirdisch. Ne, es war einfach, ja, es war doch auf dem Berg. Ja, war unterirdisch, sag ich ja. Kann ich sagen. Aber kommt jetzt eh wieder Lava hin. Ja. Wir sagen, wir lassen einfach Lava hier so an dem Rand hier entlang fließen, oder? War immer da, wo quasi der Erdblock ist, ist in dem Fall Lava dran. Ja. Na, wir haben den Neter und ein Mal. Ne, wir haben unten im Keller doch unendlich Lava. Einfach auf die Tanks rechtsklicken mit dem Lava-Eimer. Mach einfach Kraft den einfach so zehn einmal oder so und dann. Ich bin in das Leben, glaube ich, noch welche. Ja, aber die sind alle mit Wasser gefüllt, glaube ich. Wo hast du denn Futter? Buh, HFK. Kacken. Ja. Alles klar. Was meinst du sonst macht der Junge in seiner Freizeit? Außer Kacken. Er hat keine Eimer. Nein, die habe ich gerade. Achso, okay. Aber das waren nur so sechs Stück, also Kraft welche. Wie viel? Mehr. Kraft dir noch mal zehn Stück für dich oder so. Ah, Eis noch mehr, so wenig, ey. Ja, eben. Das ist 430, Alter. Das kann man ja nicht antworten. Da kannst du dich nicht machen, drauf. Kann ich bringe da auf. Nein. Das ist nicht. Futter, ich bin auf der anderen Seite. Das ist eine Mega-Basis. Ah, die werden einmal gemacht, Alter. Ja, einfach drei Eisenweger. Das ist ein bisschen zum Dreieck, V. Ah, das ist ein V, Alter. Ja, Futter ist ein V, vielleicht ein V. Ja, oh, nö. Ja, ich habe ganz viel Lava. Ja, ich bin eingebaut, Puh. Ich bin wieder raus. Ja, das war 16 einmal gemacht. Ja, cool, dann kann Futter auch ein paar haben. Aber der hilft eh wieder nicht mit. Nee, der rennt wieder weg, Alter. Mach doch mal das Licht an, Mann. Futter, du bist so unfähig, Alter. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Worum liegt der Redstone? Mehr kann, der kann. Oh, wir sind hier noch nicht fertig. Achso, stimmt. Mag ich den mal einmal. Let's real. Du einmal. Futter, du könntest eigentlich mal hier fertig ausheben. Ja, dann, die haben, boah. Wo sind die Einmacht? Ja, heg doch hier mal mit aus. Aber das kommt Futter, Töte, ist okay, ich hab's weg. Boah, ein, das war jetzt aber ein Sniper-Schuss aus der Hüfte, ey. Irgendwie ist ein Loch. Oh, cooles Erd. Oh, noch mehr cooles Erd. Gib mir mal einmal, ich hole Lava. Ich hab schon Lava. Alles klar. Was machen wir hier? Du Bängen, Alter. Äh, mach's weg. So, wie weit gehen wir hier? Ja, wir haben da noch Wasser. Ja, wir haben da Wasser. Ich würde jetzt mal erstmal füllen, dann können wir gucken. Ja. Ja. Einmal. Leimach. Scheimer. Gebirge. Ja, 16. Ja, nein, 16. Boah, ein Sniper-Schuss aus der Hüfte. Da war schon wieder ein böser Zombie. Aus der Hüfte. Zack. 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 Die Lava fließt doch eh niemals so weit. Ne. Ich denke, wir müssen von der Festung aus dann auch nochmal Lava runterfließen lassen. Und dann sieht's, glaube ich, cool aus. Alter, die Lava, den geht nicht mal leer. Pumpen. Hä, wir wollen da. Von da, Junge. Von dieser Ebene. Nein, ich mach immer an den Block, wo wir grad sind, weißt du? Immer an den Block, an den obersten Block, der da ist. Aber du wirst verbrügelt. Das wahnsinnig? Was? Hier, so. So wahnsinnig? Nein. Das ist doch nicht nur drei Block tief. Das muss doch cool aussehen. Das ist doch kein Mensch, hä? Aber hier oben, ich höre, als die Mauer haben wir Lava. Genau. Ja, und? Genau wie die Mauer. Genau so hoch, okay? Dein Auge kann einfach nix. Und schau, die Lava fließt nach unten, Alter. Lein Auge kann davon nix. Gib mal einmal, du einmal aus. Ich geh mal wieder einmal aus. Also ich find's so cooler, weil dann haben wir hier eine gescheite Lava-Wand. Ich find's zu hoch. Ich auch. Ja, wir können es auch einfach nur von der Wand wegfließen lassen. Aber dann kommen wir halt niemals so weit. Nein, du musst da anfangen. Äh, geh auch. Scheiße. Man sei behindert. Nein, du stirbst noch einmal Lava nicht. Wenn ich kein Herzen hab. Ah, Lissler. Aber ich hab ja Ding. Komm her, Markus. Hier hast du auch einen Eimer. Voll oder leer? Ja. Jetzt macht dieser Dach hier hin. Ja. Ja. So ist auch okay. Ups. Gib mal einmal hier. Wiegen da oben. Ach so. Hier hinten müssen wir da am Schluss nochmal hingucken. Ich glaub, ich hab da irgendwo gefällt. Aber man sieht's nicht, weil noch die große Lava drüber ist. Können wir uns theoretisch auch einfach so'n Tank schnell oben hinstellen, derweil. Oder? Wie fügt man das jetzt auf? Wir nehmen uns einfach einen Tank mit hoch. Komm mit. Ey, Spinne. Stirb. Oh, ich hab verschossen. Ich hab nochmal verschossen. Das hab ich getroffen. Und mit diesen atemberaubenden Schusskills beenden wir auch die heutige Folge wieder. Wir sehen uns das nächste Mal bei einer weiteren Folge im Minecraft Tech and Light. Wenn ihr dann hier den Graben hoffentlich beenden. Und bis dahin würde ich sagen, servus und ciao. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.